So, weiter geht's heute mit dem verregneten Qualifikations-Training zum großen Preis von Baku. Auf geht's! Aber vorher möchte ich gerne mal ein bisschen was entwickeln. So, da ist nämlich was schiefgegangen. Und das heißt, wir gehen jetzt rein ins Qualifying. Auf geht's! Gute Ergebnisse geholt haben wir beim Training. Und jetzt hoffen wir, dass wir am Qualifying genauso gut abschließen können. Und vielleicht sogar mal ein Böckchen mitnehmen können. Ja, das Bittere ist natürlich, dass es regnet. Naja, schauen wir mal. So, dann fahren wir mal raus auf die Strecke. Okay, wir versuchen es natürlich. Gutes Ergebnis rauszuholen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Regen in Baku habe. Ist das unser Teamkollege davor? Ist das, äh, ja. Das ist Jordan King. Na ja, schauen wir mal, wie es auch für die Strecke wird. Ich muss mich jetzt ein bisschen zu konzentrieren. Und dann... Jungs. Ja. Ja. Ich muss mich jetzt über 36 Sekunden aus Summe. Ja. 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 Aber jetzt schon... bloß kein unnötige schaden wir wissen nicht verbrennen klar wo das spiel sagt kommen ich habe ich auch noch nicht stellen die wangen ich hoffe dass ich ein bisschen vorteil habe gegen bei den anderen dann spätestens morgen im rennen meine neue gute zeit wird das definitiv hier nicht das kann ich euch jetzt schon mal versprechen dafür wird die zeit zu schlecht sein jetzt sind wir haben p7 nur wir haben So, den Flügel mal reparieren lassen. So, gut. Dann schauen wir mal, was die Zeiten... So far our fastest lap is a 28.6. The car setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. We're 21st in the speed trap, 303.1 kilometers per hour. So, let's go. So, let's go. Intermediate ties are your best bet in the current conditions. Mal gucken, was die Zwischenzeiten bringen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. ich habe gleich mal auf die strecke fahren ich habe gleich mal auf die strecke liegen Das war's. So, dann fangen wir nochmal raus. Versuchen nochmal, aber eine Zeit zu setzen. Und wir können das irgendwie nochmal hinkriegen. Platz 22 ist natürlich nicht das, was ich erwartet hatte. So, die Frage ist, was wird es nochmal am Ende? So, ich glaube, tiefe vor mir. Also ich muss definitiv nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Soll das hier was vielleicht sogar mit Wärmepunkten? Oder sagen wir tatsächlich in Qualifying die Nerven? Natürlich wollen sie jetzt alle raus, wollen immer alle ihre Zeiten setzen. Soll ich... Natürlich ist klar, dass ich, wenn ich in die Wand fahre, dass ich da kaputt bin. So, versuchen wir es nochmal. Ne, der lässt sich da wegfahren. Der sagt, du musst in diese Wand da rein. Ich glaube, das wird kein großer Sprung nach vorne werden. Boah, hört doch mal auf, wie wegzuschieben, ey. Jetzt ist der jetzt aus der Tisch da ausgeschieden. Es ist Platz 22. Scheiße, Mann! Voll verzettelt im Regen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Leclerc und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Das ist schon krass, der Abstand. Gut, dann müssen wir es mal sagen, mit dem Rennen regeln. Dann habe ich gedacht, nach dem Training habe ich gedacht, okay, vielleicht schaffen wir ein paar Punkte. Und dann habe ich gesagt, der Spieler binne. Nö, dich nicht. Na, ist auch scheiße. Okay, dann war es was mit dem Qualifying. Und wir versuchen es im Rennen zu regeln. Bis dahin. Tschüss.